um ehrlich zu sein ich bin total gehypt weiterzumachen also let's go mit episode 2 es kommt noch aber die können wir überspringen sonst hätte ich doch in der letzten folge laufen lassen da fand ich jetzt aber nicht für wichtig gut starten wir also mit episode 2 auf der suche nach der redstone ingenieurin previously on minecraft story mode was bisher geschah heros can come from unlikely beginnings and broken friendships can lead to dark rival when the world is in danger fate calls on the ordinary to do extra ordinary and go on journeys they had only dreamed of our heroes thrown together by fate must now seek help from a legendary inventor but the question remains will it be enough to save the world genau also ab auf die suche nach elegart so cool the amount of engineering it must have taken to do this automated train tracks running all through the nether connecting all the different order members aber so ziemlich ziemlich beeindruckend eigentlich co Aber erst mal ein Schluck Wolvik Wasser. Das war so nicht geplant. Nein, nein, da war es! Nein! Oh mein Gott. Ich habe keine Ahnung. Boom! Down! Ich glaube der Bogen war eine nicht so gute Idee. Wir sind die größten Redstone-Bilder in der Welt. Wow! Wer hätte gedacht, dass ich einen Tag wirklich zu besuchen, Redstonia. Eligard's capital city of Engineering. Incredible! Denkst du, dass Eligard uns helfen wird? Ja! Ich hatte gerade einen Kurzbesuch. Sorry. Internet ist weg. Ein Glück, dass ich gerade kein Internet brauche, aber bei mir ist es auch weg. Da sind wir wieder zurück bei Minecraft Story Mode. Ha! Schön! Taito Games präsentiert. In Zusammenarbeit mit Mojang. Eine Telltale geschieht von Eric. Ja, wir kennen das ganze schon. Haben wir in der dritten, vierten Folge schon gesehen. Ja! Ja! Jessie! There she is! I am about to enter my Dome of concentration, where I will be unreachable for the foreseeable future. But I will emerge when I complete my latest and greatest creation, the command block. So please, you will continue building, and whichever person most impresses me, they will auch gehen. Im survival modus command block. Slash gift netherite rüstung, enter, slash gift netherite schwert, enter, slash gift 10.000 nether stars. Und Ultra Verzauberung. Warum nicht? Im survival modus. Klar, passt doch. Das sieht episch aus. Was? Stimmt, die Treppen fahren sich ein. Sehr gut. Sie hat ihre nächste große Invention. Aber Glücklich für dich, ich bin hier. Wie kann ich dir helfen? Ich meine, ich weiß, Eligard. Aber ich bin trotzdem ziemlich cool. Natürlich, wenn du die Welt kannst. Nein, ich bin Angst, nicht. Schau, ich kann sagen, dass du nicht von hierher bist. Level mit mir. Wer bist du? Warum musst du sehen Eligard? Ich hab ne Nachricht von Gabriel. Ich hab ne Nachricht von Gabriel. Ich hab ne Nachricht von Gabriel. Okay? Eligards old friend. Hm. Du musst sagen, dass das alles ein bisschen eltlandisch klingt. Jesse, schau ihm das Amulett. Schau, das ist Gabriels Amulett. Das ist, wie ich hierher bin. Das ist, wie ich Eligard in den ersten Platz gefunden habe. Ja, gut. Also, ähm. Das ist interessant. Wenn du möchtest, könnte ich das zu Eligard senden. Vielleicht würde das deine Mission helfen. Das könnte nicht eine schlechte Idee sein. Keine Fall. Gabriel gab das Amulett zu mir. Keine Chance mit ihm. Wir finden es dann. Ich habe nicht Zeit für das. Ich bin froh, dass ich mich nicht mehr anbauen werde. Ich bin froh, dass ich mich nicht mehr anbauen werde. Beantworten alle deine Fragen. Ich muss gehen. Es ist besser, dass du den Repeater nehmen und die Stärkontrollen verhindern. Wir wollen keine Troublemaker, die die Eligard verhindern. Ich glaube, wir brauchen einen Repeater. Okay. Bei mir ist der Repeater. Ich bin froh. Mal schauen. Ich rede mir immer. Ich bin froh, dass meine Requeater nicht mehr anbauen bleibt. Labour ist für mich. So, es ist eine solche Requeater. Werden Sie die Requeater? Ich habe die Requeater nicht mehr in meinem Schgeruch. Oh, nein. Oh, nein. 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 Was würde passieren wenn man einen dieser Aufzüge nach oben schickt endet er dann bei level 200 56 ich weiß es nicht das ist einfach nur lava im glas Lava disco creator was los wie geht es dir so hi hey how's it going how you doing here to see the next great revolution and entertainment it is pretty amazing definitely the sort of creation that i was going to make no actually i was wondering can you spare a repeater oh sorry friend actually just use my last one on this puppy one of the key components that helps the cows dance what am i looking at exactly this friend of mine is the bovine lava disco okay cool that's the cure warum nicht ich erfinde auch sogar ich weiß nicht dass ich den repeater nehmen sollte cool catapult cool catapult cool catapult cool catapult friend it's got an easy to use lever right there so feel free to fling a cow or maybe you'd like to try it on your piggy there ne 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 passt schon oh believe me he'll love it i've never known how not to like it of course not pig you're seriously missing out here aber ich würd's trotzdem mal benutzen aber ich würd's trotzdem mal benutzen aber ich würd's trotzdem mal benutzen congratulations you've just managed to catapult a cow for no apparent reason oh ein alter man einen schönen guten tag einen schönen guten tag was schau schau du musst da sprechen oh ich hab gerade gesagt hi viel besser was kann ich für dich machen ja hast du einen verstärker für mich einen repeater zeig mal was macht denn die kanone da still a work in progress but eventually it'll launch people high into the air so they can see for miles around cool theoretically kannst du uns da mal schießen what i can hear you but if it's about getting into the elguard's dome no can do sorry i like you sport here have some redstone dust Ah, dankeschön, dankeschön, du bist da unten. Da ist noch was in der Truhe. Was ist denn da drin? Jackpot. Probieren wir mal die TNT-Kanone aus. Probieren wir nochmal. Gibt es hier vielleicht einen Crafting-Table? Reden wir erstmal mit Olivia. Vielleicht weiß sie, wo es sowas gibt. Ja, das finde ich auch. Das ist echt cool. Ja, wie geht das? Okay, wir brauchen noch Redstone-Fackels. Ein Autofarmer. Ah, hier waren wir noch nicht. Einen wunderschönen guten Tag. Ja, das ist ein bisschen was. 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 Hast du einen Redstone-Verstärker? Entschuldigung, ich habe bereits alle meine. Ich habe auch einige Redstone-Torchen. Ich nehme das. Ähm. Ja, warum ist Autofarming denn so gut? Ja, warum ist Autofarming denn so gut? Was ist das Problem mit dem? Oh, es ist wirklich einfach. Planzieren Sugarcane nimmt Zeit. Mit meinem System. Das ist Zeit, die du schaffst und sie sofort zurück in deinen rhetorischen Zeitpoket. Ich muss wirklich Elagard sehen. Oh, ich verstehe. Ich versuche, wie viel du willst, wie viel du willst. Der Spot ist als Protégier, damit ich mich intimidate. Ja, das funktioniert nicht. Also gehst du dann. Danke für die Redstone-Torches. Ich bräuchte jetzt noch einen Crafting-Table. Hast du? Finde die Werkbank. Hm, wo ist sie denn? Vielleicht hier? Unter meiner Dose? Hier unter dem Geldschein? Ach, weiß ich nicht. Oh, wie baut man denn? Ich hab... Keine Ahnung, wie man einen Repeater baut. So, es war Block, Block, Block. Oh, ich weiß es nicht. Ich blende euch das ein. Äh... Ich kann mir vorstellen, dass es... Ja, gut. Oder? Ah! So, okay. Ich benutze das nur im Creative-Modus, deswegen hab ich keine Ahnung über das Crafted. Ich hab's euch aber entweder auf der Seite oder hier bei mir irgendwo eingeblendet, wenn ich dran denke. Früher wurde das im Spiel eingeblendet, aber hier wird's einfach nicht eingeblendet, deswegen hab ich euch das jetzt kurz eingeblendet. Jetzt bauen wir aber noch den Dings dran. Aber richtig rum. Okay, das ist ein Schritt in die richtige Richtung. Auf die Mitte. Auf die Mitte. Das ist nicht super hilfreich. Ich arbeite an dem, Olivia. Die sind nicht genau angestellend, du wißt. Ah, wir drücken mal auf den. Auf die Mitte. Okay, gut, gut. Das System dahinter scheint cool zu sein. Bam! Tür öbnet. Also das würde ich auch noch aufkriegen. Also, so nachzubauen, aber so genau weiß ich das nicht. Aber... Ah, nee, wir haben noch Zeit. Okay, ja gut. Aber ich wollte sonst die Folge beenden. Wenn wir noch Zeit haben. Ungespeicherte Fortschritte gehen verloren. Kannst du vielleicht auch kurz abspeichern? Oh, ist das ein RAM-System? Ich weiß nicht, ob ich hier über eine Druckselle laufen kann. Ah, wir drücken mal. Was genau bringt das jetzt? Doch, dann gehen wir hier noch rein. Das macht keinen Sinn. Nicht alle Redstone-Technik, die man da gesehen hat, funktionieren auch so. Vielleicht... Ich weiß nicht. Verbrechen Dinge ab. Verbrechen Intruder ab. Es gibt viele Möglichkeiten. Okay, durch. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr cool. Hey, was kann ich sagen, ich und die Redstone, einfach zu sprechen. Ja, ich merk's. Man kann sich drüber streiten. Ich hab keine Ahnung, was das ist, ich hab das noch nie gesehen. Das gibt's auch im normalen Minecraft nicht. Ich glaub, das Lava geht weg, wenn wir diesen Hebel ziehen. Und dann sollten... Ich weiß nicht, wir sollten vielleicht immer mal gucken, was passiert. Das sind einfach nur Blöcke, die sich vorne Lava-Quelle schieben. Also, awesome ist was anderes. I guess. Ich, ich zieh mal am, 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 am Hebel. Funktioniert das so? Ich weiß es nicht. Kann sein, ich hab's nur nicht ausprobiert. Heutzutage ist jetzt Wasser, Wasser, Wasser und unten ein Dings hin. Wie sie sich überlegt, neue Redstone-Sachen zu bauen. Oh, ich kenn also, wenn ihr Lust habt, irgendwas random zu bauen und es damit Redstone irgendwie umsetzen wollt. Time to pace back and forth and check the systems. Inventory request. Operational. Delivery latency? Whoa! Hi! Hey! Didn't see you sneaking up on me. I guess that's the point. Don't touch anything in here, okay? It's all supremely fragile and genius. Did Calvin send you? Are you my new assistant? New assistant with a stupidly adorable pig that is! Jessie? Jessie? She thinks we're her new assistant. This is so exciting. Elagard. No time for specifics, I'm afraid. Hey, you! Goggle Girl. Switch on that T-Flop circuit to activate the delivery shoot. T-Flop? Mhm. Ich weiß, was das ist. Ich weiß, was das ist. Sie hat eine Draht und eine Blöcke. Sie will mich etwas machen für sie. Was? 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 Aber wenn ich right guesse, müssen wir einfach nur diesen Knopf drücken, damit der Flip-Flop aktiviert wird und ein Signal durchgibt. Brauchen wir alles? Dann reden wir doch noch mal mit Elegard. Eine Lohnroute, ein Eisenblock, okay. Eisenblock, soll das da drunter sein? Weil sie es nicht schafft, selber dahin zu laufen und diesen Hebel zu drücken. Dann wissen wir das bestimmt noch aus der Kiste raus. Also ganz ehrlich. Was bringt das jetzt genau? Ah, die drei? Nnecica, die drei? Okay. ZG, die drei? Hebe. Kussiert? Der Nummer 6451. Einціintige. Sek, hier, bei uns ... Entferbe ich. Entferbe ich. Kannst du nicht zu baut an mir losz und mehr? Wir sind keine Assistenten. Genau. Ich habe so was schon gesehen. Ich habe so was schon gesehen. Ich habe so gesehen. Ich habe so gesehen. Es ist ein Bloc. Warte, 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 warte. Wie weiß du was ein Bloc ist? Nicht zu sehen, aber wir sprechen über etwas mega, Ultragenius. Stop hier. Ich habe so gesehen. Es war ein Bloc. Er hat etwas Schmerz mit ihm gemacht. Der Welt braucht die Schmerz. Deswegen sind wir hier. Entschuldigung, aber die Schmerz nicht mehr zusammen. Wir sind ein bisschen weggezogen. Das ist eigentlich so, dass wir hier sind. Gabriels amulet. Das ist sicherlich verändert. Ich habe so gesehen. Ich habe so gesehen. Also, du glaubst uns jetzt? Ja. Das ist wirklich ernst. Und dennoch, warum ich mein Bloc. Ich muss den Bloc. Ich kann ihn benutzen, um das Wither Storm... Monster... ...Thing. Oder... ...was auch. Also, ihr habt die Maschine gesehen. Und dieser Bloc ist meine Necessität für das Inventing. Ich bin der Bloc. Jetzt wisst ihr wie man einen Command Block im Survival-Modus braucht, ihr müsst Crafting Table zusammenschieden, mit Lorenroute und Blaze. Vielleicht klappt das bei euch. Wir müssen gehen. Du hast nicht gesehen, was ich gesehen habe. Ja gut, ich glaube das ist nicht so gut, dass der jetzt auch hier ist. Es ist gerade ultra spannend, ich will nicht aufhören, ich weiß, was wir schon über der Zeit, aber trotzdem. Wir machen noch die Cutscene, aber dann, dann machen wir eine Pause. Was hat der für einen riesigen Kopf? Big Brain. Das Pordel, schnell! Hier! 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 Jessie! Hier! Okay, safe! Okay, wir sind wieder da. Okay, 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 okay. Was ist das Game? Hier, vielleicht. Oh, 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 wir sind hier. Okay, dann würde ich es doch noch kurz ein Stück laufen lassen. Okay, nur ein bisschen weiter Wow, das ist bestimmt beeindruckend Wow Oh mein Gott, das ist einfach Down Wer geht da? Oh, Jesse? Ist das du? Ja Oh, Gabriel Guten Tag Hallo, alle Es ist gut zu sehen Er hat nicht zu lange bevor ihr euch Elagard, mein alter Freund Warum bist du für soren Augen? Vielleicht mit dir hier stehen wir eigentlich eine Chance gegen dieses Ding Oh, oh, wie habe ich Ihr optimistisch durchs Leben Optimistisch, so muss das Geht optimistisch durchs Leben, Leute Das macht alles viel einfacher Wie bist du denn, komm Komm Wo ist Petra? Ich würde das nämlich gerne wissen Petra get away too? Did you see? All that creature left in its wake was Bedrock All those people Fred Petra Oh, oh, oh Pfff I I I Ah Eh Ah Ja Ah Ja gut Ah 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 Ich kann nicht erinnern, die letzte Mal, dass ich diesen Ort gesehen habe. Wer will jemand erklären, was er hier macht? Magnus? Oh, das wird nicht gut gehen. Genau. Ich habe es vergessen. Axel ging auf eine kleine... ...adventure von seinem eigenen, während du warst. Eine adventure, um ihn zu bekommen? Wann du das wissen? Warum hast du mir nicht gesagt? Du hast das aufgrund gemacht. Ich wusste das nicht. Woher? Die müssen das auch wissen sollen. Ja, das war's. 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 Boomtown. Boomtown? Das kann ich sogar auswählen. Das ist der Name Magnuses Kingdom. Ich hatte ihn in einem verrückten Tournament. Und... Long Story. Du musst da sein. Short Version. Epic Battle of Explosions in Mayhem. Deathdefying Action. Schenanigans. Wir hätten uns ja zwischen Magnus und Elegard entscheiden können. Ich hätte das vielleicht auch gern gemacht. Boomtown. Ah, vielleicht mach ich das mal anders nochmal. Hm. Aber ich bin definitiv sicher, dass ich es nicht mag. Ja. Ja. Schau ihm ein Respekt. Oh. Du stehst für Magnus. Das ist sehr... ...sweet. Ja. Er stehst für mich. Es ist, weil ich wirklich großartig bin. Und super cool. Ich suche... Beruhigt euch. Alles ist gut. Alles ist gut. Können wir uns vielleicht darauf fokussieren, dass das Spiel mal speichern sollte? Weil wir schon seit 35 Minuten aufnehmen. Boah, jetzt hört doch mal auf zu streiten. Yikes. Ah ja. Ja. Ich weiß nicht, ob du hast die Chance für diesen alten Dump. Aber es ist ziemlich gut da. Es kostet eine Menge von TNT zu töten. Ich liebe es zu sagen, aber du hast ein Punkt. Das ist unglaublich. Ich weiß. Es ist ein Körner. Du kannst das auch nicht? Woah. Gib uns einen Moment, okay? Wir haben nur noch nicht hier. Wir werden es. Ja, jetzt müssen wir doch Sorin besagen. Warte, Magnus. Sie hat vielleicht ein Punkt. Sorin hat ja bestimmte Objekte, Erinnerungen. Du weißt, was ich lieb, wenn du dich und Sorins kleinen Klub schrauben möchtest. Ich bin nicht sicher. Ich habe eine logische Idee hier. Es ist etwas stärker als TNT? Sorin hat eine Art super TNT. Stronger und mehr explosiver als alles in der Welt. Jay? Ja, ja, ja. Ich habe schon alles über die F-Bomb gehört. F-Bomb? F-Bomb? Ja. Sorin hat gesagt, dass die F-Bomb der F-Bomb nichts zu töten könnte. Ja, perfekt. Die F-Bomb ist perfekt. Wir sollten es jetzt kommen. Für mich, die bei F-Bombs. Ja, es sollte nicht so schwer sein, Sorin zu finden. Ich bin nicht so schwer. 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 Aber es ist nur ein Schuss. Ich werde es nicht so schwer finden können. Wir können ihn finden. Ich hoffe, der hat hier gespeichert. Ich mache jetzt Schluss. 37 Minuten sind viel. Das war das nächste Video. Bis dann. Ciao. Vielen Dank.